Ihr habt massenweise Setting-Beschreibungen gelesen, ihr kennt jeden Fantasy-Roman auswendig und trotzdem will die Welt bei den Spielen einfach nicht lebendig erscheinen? Dann bleibt dran, denn heute erkläre ich euch, wie ihr genau das am besten erreichen könnt. Hallo zusammen, heute soll es darum gehen, wie man im Rollenspiel eine Welt möglichst lebendig gestalten kann. Dabei soll es nicht primär um die Beschreibungen gehen, falls euch die interessieren, dann habe ich noch zwei andere Reihen, nämlich zum einen für Nichtspieler-Charaktere die Puppenkiste, bei der ich Nichtspieler-Charaktere darstelle und auch die Motivation für die so ein bisschen an Beispielen aufbaue und zum anderen die Wortmalerei, bei der es darum geht, Szenen zu beschreiben, beispielsweise eine alte, verlassene Villa oder einen tiefen, dampfenden Dschungel. Nein, heute soll es darum gehen, wie man allein durch die Zusammenstellung des Hintergrunds und durch ein paar andere Tricks und Kniffe die Welt möglichst lebendig rüberbringt. Das Kernelement, um eine Welt lebendig zu machen, ist Wiederholung. Je mehr man Elemente wiederholt und insbesondere auch die Änderungen zeigt, die bei der Wiederholung auftreten, desto lebendiger wirkt die Welt auch auf die Spieler. Das betrifft zum einen Nichtspieler-Charaktere, beispielsweise sollte man dafür sorgen, dass die Spieler immer mal wieder auf die gleichen Nichtspieler-Charaktere treffen und mit ihnen interagieren. Das betrifft aber auch Räume. Wenn beispielsweise eine bestimmte Stadt immer wieder im Mittelpunkt der Abenteuer steht oder auch tatsächlich ein einzelner Raum, dann fällt den Spielern viel mehr auf, wenn sich diese verändern. Der Trick besteht dabei darin, dass sich sowohl die NSCs als auch die Räume verändern, ohne dass die Spieler etwas gemacht hätten. Dadurch denken sie und merken auch, dass die Welt sich aktiv weiter verändert und eben nicht nur von ihnen abhängt und dass die Welt eben lebendig ist. Beispielsweise könnte ein NSC erzählen, was in letzter Zeit passiert ist, oder man sieht, dass er eine Narbe hat von einem Kampf, den er in letzter Zeit hat kämpfen müssen. Vielleicht auch noch ein blaues Auge. Und bei Räumen hat man natürlich alle Möglichkeiten, von einer leichten Änderung, von beispielsweise einer neuen Karte, die an der Wand des Entdeckers hängt, über komplette Zerstörung von ganzen Städten, die von der Landkarte verschwunden sind, weil die Org-Armee hier angekommen ist. Dabei muss man nicht immer die Nichtspieler-Charaktere und Räume tatsächlich auftauchen lassen. Es reicht auch häufig aus, sie einfach zu erwähnen. Wenn unsere Helden in eine neue Stadt kommen, könnten sie auf dem Marktplatz Gerüchte darüber hören, dass die Stadt, aus der sie kommen, inzwischen von dem Ox belagert wurde. Oder sie hören davon, dass der Magier, mit dem sie lange zu tun hatten, inzwischen Vorsteher der Gilde geworden ist. Ein weiterer Trick bei der Wiederholung ist, Bestehendes zu nutzen. Denn ich kann auch dadurch Wiederholungen erzeugen, dass ich einfach etwas einsetze, was schon irgendwo einmal war. Wenn man beispielsweise das Schwarze Auge spielt, wo es sehr große und ausführliche Setting-Beschreibungen gibt, kann man diese nutzen und diese Setting-Beschreibungen wieder aufgreifen. Und dadurch, dass man etwas aufgreift, was die Spieler vorher schon einmal gelesen haben, hat man auch wieder die Lebendigkeit der Welt erhöht. Gerade auch Kaufabenteuer machen das sehr gut. Wenn ihr das noch nicht getan habt, schaut vielleicht mal in das Video, in dem ich ein paar Tipps dazu gebe, wie ihr ein Kaufabenteuer vorbereiten könnt. Denn das, was ich da erzähle, trifft in gewisser Weise auch auf die Lebendigkeit der Welt zu. Neben Setting-Beschreibungen ist eine gute Quelle, aus der man sich bedienen kann, auch die Hintergrundgeschichte der Helden. Denn aus der kann man auch gerne mal Charaktere entwenden oder auch Orte, Geschehnisse, die man dann wiederholt und damit zeigt, dass die Welt sich auch unabhängig von den Helden weiterentwickelt. Wenn beispielsweise die Heldengruppe durch das Heimatdorf eines der Helden reist und dort dann feststellt, dass inzwischen die Hälfte des Dorfes gar nicht mehr dort wohnt, dann hat man direkt einen Aufhänger für ein Abenteuer geschaffen und gleichzeitig gezeigt, dass sich die Welt lebendig weiterentwickelt. Ihr Kunst bleibt aber weiter darin, das Ganze unabhängig von den Spielern zu halten. Wenn man also einfach nur Abenteueraufhänger nimmt, dann merken die Spieler relativ schnell, dass die Welt sich immer nur dann verändert, wenn es für sie relevant ist. Stattdessen sollte man die Welt auch so verändern lassen, dass sie eben nicht von den Entscheidungen der Spieler abhängt. Beispielsweise dadurch, dass die Änderung schon stattgefunden hat, aber auch keine direkte neue Entscheidung der Helden benötigt. Oder dadurch, dass es etwas ist, was die Helden auch gar nicht beeinflussen können. Es muss auch nicht immer alles direkt für die Spieler und für die Helden durchschaubar sein. Wenn das Dorf, in dem die Helden vor ein paar Wochen waren, abgebrannt ist und man nur noch ein paar verkohlte Reste findet, dann gibt es vielleicht keine Spuren, die darauf hindeuten, warum das Ganze passiert ist und die Spieler können nicht herausfinden, wer dahinter steckt. Man muss als Spielleiter auch dann nicht unbedingt wissen, was genau dahinter gesteckt hat, sondern kann es dann in einem der späteren Abenteuer aufgreifen. Ich selbst mache das sehr gerne, dass ich irgendwo so kleinere Plotideen oder ähnliches anlege, die dann aber nicht aufgreife, sondern wenn die Kampagne reif ist, irgendwann später noch einmal schaue, meine Stützen durchgehe und dann feststelle, ach, da ist doch dieses eine Dorf, das ist abgebrannt. Ich lasse jetzt mal die Gruppe auf ein weiteres abgebranntes Dorf treffen und in diesem Fall finden sie Spuren und finden dadurch heraus, dass die gleiche Räuberbande, die schon das erste Dorf geplündert hat, jetzt auch das zweite Dorf angefallen hat. Das waren meine wichtigsten Tipps dazu, wie man eine Spielwelt lebendig gestalten kann. Schreibt mal in die Kommentare, welche lebendigen Spielwelten ihr schon erlebt habt und welche Ereignisse dafür gesorgt haben, dass sie besonders lebendig erschienen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie dazu, Kritik auch gerne. Falls euch das Video aber gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, damit ich darüber Bescheid weiß. Wir sehen uns, bis bald, reinigt nicht.